Die, die wechseln wollten, hatten als Hoffnung, ja, ich kriege mehr Geld. Die, die tatsächlich gewechselt sind, da hat fast gar keiner wegen des Geldes gewechselt. Letztendlich sind sie gewechselt wegen Führung. Die Führungskraft war nicht gut. Faire Behandlung war so das Schlagwort. Genau. Und das Thema auch Perspektive. Was habe ich für eine Aussicht, dass ich hier im Unternehmen, dass ich mich hier entwickeln kann, dass ich den nächsten Schritt mache. Und deswegen ist das Thema, was wir hier machen, der riesengrößte Hebel. Es geht um eine Studie. Die allermeisten Chefs glauben ja, Mitarbeiter sind zufrieden, die sind happy. Und oft ist das ja schon eine gute Ausgangslage. Also ist ja nicht verkehrt, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind. Gleichzeitig ist das allerdings noch keine Garantie, dass die Mitarbeiter, die Extrameile gehen, dich auch als Arbeitgeber weiterempfehlen. Und vor allem, ganz wichtig, auch nicht abgeworben werden können. Und in der Studie kam halt raus, dass 55 Prozent der Arbeitnehmer mindestens einmal pro Jahr an einen Arbeitgeberwechsel denken. Ja, und viele noch deutlich häufiger. Wenn wir mit Unternehmern sprechen und wir fragen die so, ja, wie ist denn so das Betriebsklima bei euch? Wie fühlen sich deine Mitarbeiter bei dir im Unternehmen? Dann sagen die meisten sowas wie, ja, die sind zufrieden. Und das, was da ja dargestellt wird, das ist ja eigentlich schlechter. Und ich glaube, das liegt einmal daran, so ein bisschen so dieses nicht hingucken wollen. Also wenn ich jetzt nicht hingucke, wenn ich das Problem klein rede, dann ist es nicht so schlimm, dann ist es nicht so groß. Was natürlich ein großer Trugschluss ist. Am Ende merken die es mit Kündigungen, die auf einmal unverhofft kommen. Und man denkt eigentlich, es war doch eigentlich alles normal und jetzt hier sowas. Da grätsch ich kurz einmal ein, was können Indizien sein, dass die Mitarbeiterzufriedenheit nicht so hoch ist, wie ich mir das wünsche als Chef? Wenn du keine Weiterempfehlungen bekommst regelmäßig. Was du halt auch merkst, sind die Mitarbeiter wirklich bereit, regelmäßig auch mal die Extrameile zu gehen. Mit regelmäßig meine ich natürlich nicht ständig und das sollte man als Arbeitgeber auch nicht erwarten. Aber wenn man Not am Mann ist, denken die Mitarbeiter da selber drüber nach oder muss ich die dazu auffordern? Und da sollte man mindestens irgendwie bei der Hälfte der Mitarbeiter auch so eine Bereitschaft da sein, mal ein bisschen mehr zu geben. Also Arbeitsbereitschaft und Weiterempfehlungsquote. Fällt dir noch was ein? Ja und zwar, wenn Mitarbeiter einfach zu oft krank sind. Ja. Obwohl ich das Gefühl habe, der ist gar nicht so krank. Sehr guter Punkt. Auf jeden Fall. Krankheitsquote korreliert mit Identifikation mit dem Unternehmen. Das ist ganz krass. Also je höher die Identifikation mit dem Unternehmen, desto geringer sind die Krankentage und umgekehrt logischerweise. Woran kann das denn liegen, dass das Betriebsklima nicht so gut ist? Zahl ich zu wenig? Ja, wahrscheinlich. Nee, überhaupt nicht. Wenn wir unsere anonymen Mitarbeiterbefragungen machen, gibt es insgesamt elf große Faktoren. Da gehört auch Gehalt und Vergütung logischerweise vollkommen mit dazu. Ist aber überhaupt nicht der wichtigste Faktor. Ich weiß ja, von welcher Studie du vorhin gesprochen hast. Da haben wir festgestellt, dass Bezahlung sogar einer der kleinsten Wechselgründe überhaupt ist. Da hat man einmal verglichen Leute, die wechseln wollen und hat die gefragt, warum willst du denn wechseln? Und man hat Leute gefragt, die tatsächlich auch gewechselt sind, wo man gefragt hat, warum bist du denn gewechselt? Und hier war eine Sache ganz spannend. Die, die wechseln wollten, hatten als Hoffnung, ja ich kriege mehr Geld. Die, die tatsächlich gewechselt sind, da hat fast gar keiner wegen des Geldes gewechselt. Das heißt, da gab es einen Unterschied zwischen, ja na klar, äußern die sich und sagen, ja wäre schön, wenn ich mehr verdiene und das ist so die Hoffnung. Aber letztendlich tatsächlich wechseln tun die wenigsten wegen des Geldes. Sondern? Sondern letztendlich sind sie gewechselt wegen Führung, die Führungskraft war nicht gut. Faire Behandlung war so das Schlagwort. Genau, faire Behandlung war das Schlagwort und das Thema auch Perspektive, Wertschätzung und so weiter. Wie, was habe ich für eine Aussicht, dass ich hier im Unternehmen, dass ich mich hier entwickeln kann, dass ich den nächsten Schritt mache, werde ich gewertschätzt für die Dinge, die ich mache. Das ist einfach der riesengrößte Hebel. Wie ist die Perspektive im Unternehmen, dass ich mich weiterbilden kann, wie sind Prozesse und Strukturen im Unternehmen, Abläufe, habe ich da das Gefühl, da ist eine gewisse Sicherheit mit drin, habe ich einen sinnvollen Job und so weiter und so fort. Und dann gibt es insgesamt elf Faktoren und man darf sich eins bewusst machen, du kannst so gut sein in all diesen Faktoren, wie du möchtest, wenn einer nach unten ausreist, wirst du keine Empfehlung bekommen. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du in ein Restaurant gehst und in dem Restaurant ist alles super. Sagen wir mal, der Kellner, unfassbar freundlich, macht einen richtig tollen Job. Das Ambiente, richtig genial, aber sobald du in das Essen reinbeißt, merkst du, es ist richtig gammlig und du wirst schon krank in dem Moment, wo du dir das Essen in den Mund steckst. Dann kann der ganze Rest so toll sein, wie er will, du wirst es nicht rausreißen. Andersrum, stell dir vor, das Essen ist richtig super, aber der Kellner ist richtig patzig zu dir, dann wirst du dieses Restaurant nie im Leben weiterempfehlen. Ganz im Gegenteil, du wirst sagen, was ist denn hier los? Das heißt, man darf immer gucken, was sind die schlimmsten Sachen gerade in meinem Unternehmen, wie kann ich diese Fehler oder diese Missstände möglichst effizient ausmerzen. Und dann fängt es an, weil wenn du ein Restaurant hast, wo das Ambiente richtig nice ist, wo der Service richtig nice ist, wo das Essen ganz gut ist, vielleicht nicht super gut, aber der Kellner, der macht mit dir eine Show. Beste Beispiel ist hier Salt Bay, also dieser Typ hier, der mit dem Salz das so macht. Bekannt durch TikTok, Instagram und die ganzen Reels. Genau, durch TikTok, Instagram, irgendwelche Reels da und der ist so berühmt geworden, weil der so mit Salz, dieses Salz auf so einem Steak über seinen Arm prasseln lässt und dann das auf das Steak rausfällt. Und der ist sehr exzentrisch und macht immer so eine Riesenshow und hat auch so Steaks mit, die sind komplett vergoldet und die kosten dann 1000 Euro mit Blattgold und so weiter. Ist jetzt ein bisschen in der Kritik, muss man auch dazu sagen, musste jetzt wieder zwei, drei Restaurants schießen, zu schnell gewachsen. Keine gute Mitarbeiterführung, witzigerweise, aber in der Zeit, wo er richtig groß geworden ist, da war, das Essen war okay, war gut. Ich kenne Leute, die da waren, die haben so gesagt, ja, ist ganz nett, aber der Service, also der Service, diese Show, das nennt es ja fast schon Showküche, also guck zwar nicht zu, wie die es zubereiten, aber die schneiden das Fleisch vor dir. Einfach mal bei YouTube Nusret eingeben, Show, dann weiß man, was man meint und dann ist der im Essen, sagen wir mal, vielleicht mal eine 7 von 10, aber die Show ist 10 von 10, das Ambiente ist 9 von 10, dann wird der weiterempfohlen und dann auf einmal machen die ganzen Leute Reels und so weiter. Hätte der ein Essen, was der letzte Müll ist, ja, dann würden die Leute den nicht weiterempfehlen und dann wäre es das erste, was ich machen würde als Unternehmer, ich würde bei dem Essen ansetzen und gucken, wie kriege ich das auf so ein Mindestlevel, dass es noch verträglich ist. Und das ist, was Unternehmen machen dürfen, die dürfen gucken in diesen 11 Faktoren, wo bin ich da im roten Bereich und die Sachen, die dürfen schnellstmöglich ausgemerzt werden, auf ein vernünftiges Level gebracht werden und wenn das der Fall ist, dann fangen auch, wenn du dann in 1, 2, 3 Kategorien auch richtig gut bist, dann fangen auf einmal auch Leute an, dein Unternehmen weiter zu empfehlen. Und jetzt mal die positive Seite dieser Veränderung, also mal angenommen, die Mitarbeiter sind total begeistert, richtige Fans deiner Firma, wie sieht denn dann so ein Unternehmen aus, wenn du das wirklich mal geschafft hast, was gibt es da für Indizien, dass du auf dem richtigen Weg bist? Ja, dann ist es so, du machst ein Team-Event, alle kommen, das ist eine Sache, eine Sache ist, dass deine Mitarbeiter dein Unternehmen aktiv weiterempfehlen und eine Sache und das ist wieder das Spannende, das ist das, was wir festgestellt haben oder was diese Studie festgestellt hat, Wenn du ein guter Arbeitgeber bist, funktioniert auf einmal auch dein Recruiting, ist ja auch logisch, guck mal, du schaffst mit Recruiting ein paar Bewerbungen, so, jetzt informieren die sich über dich, gucken sich deine Website an, da siehst du jetzt nicht Leute, die man fast mit einer Knarre dazu zwingen musste, dass sie auf irgendeinem Foto mal drauf sind und mal freundlich in die Kamera gucken, sondern da sind halt Leute, die haben echt Bock auf die Arbeit, die freuen sich, das sieht man im Foto, auf einmal denken die, oh, da möchte ich gerne hin. Die kommen vielleicht mal zum Kennenlerngespräch, merken, ey, die Leute, die sind ja alle mega cool, die haben ja alle Bock auf die Arbeit, was ist denn das hier für ein geiler Laden und dann haben die auch noch mit einer Führungskraft zu tun, die wahrscheinlich das Interview führt, vielleicht der Chef des Unternehmens selbst und merken, boah, voll der coole Typ, da entscheide ich mich gerne für dieses Unternehmen. So, während, wenn ich das alles nicht habe, sind, da kannst du 100 Leute zur Bewerbung kriegen, wenn die dann am Ende zu dir kommen und merken, boah, hier hat eigentlich gar keiner Bock auf das, was die hier machen und irgendwie fühlen sich die Dinge komisch an, ja, dann verlasse ich doch nicht meinen sicheren Arbeitgeber und wechsle irgendwo anders hin, sondern, ja, bleibe ich da, wo ich bin. Ja, wir können festhalten, Mitarbeiter, also die Qualität der Mitarbeiter entscheidet auch über die Qualität deines Unternehmens, deiner Dienstleistung, wie das alles läuft, auch gewissermaßen über dein Leben, wie zufrieden du bist als Unternehmer und gerade in Deutschland ist es ja so, das Humankapital ist das, was uns stark gemacht hat. Wir haben keine Ressourcen, kein, nicht großartig Erdöl oder andere Ressourcen, die wir abschöpfen, sondern unsere Stärke in Deutschland liegt einfach in unseren Führungskräften, in den Mitarbeitern und dieses ganze Know-how, was wir haben und darum geht es, das zu entfalten. Und da dürfen wir aufpassen, dass wir das nicht verlieren, ich bin da auch nicht der Schwarzmaler, ich sehe gleichzeitig auch da unfassbar große Herausforderungen und die Ursache aus meiner Sicht liegt in schwacher Führung, also von, das geht, es geht nicht bei der Bundesregierung los, sondern da endet es aus meiner Sicht, es geht immer von unten los. Und schwache Menschen wählen schwache Führer und schwache Führer wählen wiederum die nächsten oder unterstützen die nächsten schwachen Führer, weil wenn da jemand Starkes kommen würde, der würde wahrscheinlich sagen, das geht hier so nicht, mach mal was anderes und das wollen dann viele nicht. Das heißt, wir dürfen von unten anfangen, wieder starke Führungen aufzubauen und dann wird sich das auch nach oben fortsetzen und dann haben wir auch wieder in Deutschland eine gute Zukunft. Es fängt mit uns an. So sieht es aus. Max, das war ein gutes Schlusswort. Danke, danke dir fürs Interviewen und dann empfehle ich zu abonnieren und wir sehen uns in der nächsten Folge, oder? Ja, genau. Bist du wieder dabei? Ja, safe. Okay, bis dann, ciao.